Hallo und herzlich willkommen zur zweiten ASQF-Netweek, heute zum dritten Webinar am zweiten Tag. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich teilnehmen und Sie können sich auch jetzt immer noch kurzfristig für weitere Webinare in dieser Woche anmelden. Wir hoffen auch, dass die Webinare Ihnen beruflich weiterhelfen, wie zum Beispiel auch unsere eigenen ASQF-Trainings, CPPM und CPIoT, für deren Zertifikate Sie bei ISCI derzeit einen Rabatt mit dem Code NETWIC20 erhalten. Nun begrüße ich zum jetzigen Webinar den Herrn Daniel Kant von der DTH Brandenburg mit dem Webinartikel Künstliche Intelligenz, Potenziale und Risiken für die IT-Sicherheit. Herr Kant, unser Stage is yours, Sie können dann jetzt loslegen. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite zur ASQF-Netweek. Und ich bin vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und bin dort für die IT-Sicherheit und den Datenschutz zuständig. Ja, und wir wollen uns heute mal die Schnittstelle angucken zwischen künstlicher Intelligenz und der IT-Sicherheit, was da insbesondere die Potenziale sind, aber auch wo die Risiken natürlich liegen. Und zum Anfang möchte ich ganz kurz unser Kompetenzzentrum vorstellen. Deswegen haben wir als Opener einen kleinen Filmer für Sie. Wie das Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft mittelständischen IT-Unternehmen eine erfolgreiche Zukunft sichert. Kais Unternehmen ist auf IT-Dienstleistungen für die Textilbranche spezialisiert. Sein Kunde stellt Kai vor eine knifflige Herausforderung. Digitalisierung ist für ihn ein wichtiges Thema. Er möchte seine Spezialsoftware für die Stoffverarbeitung gern an andere Systeme anbinden, etwa die Finanzbuchhaltung, die Kundenverwaltung und Zeiterfassung. Die möglichen Synergien sind vielversprechend. Aber Kai fehlen die personellen Ressourcen für diese Aufgabe. Kann er die Herausforderung meistern? Oder verliert Kai seinen Kunden an einen Konkurrenten mit einer All-in-One-Lösung? Das muss nicht sein. Expertin Elli vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, kurz KIW, unterstützt mittelständische Unternehmen, die passenden Partner für solche Herausforderungen zu finden. Dafür trägt Kai auf der Matching-Plattform des Kompetenzzentrums sein Unternehmen und sein Anforderungsprofil ein. Die Plattform schlägt ihm anschließend passende Kooperationspartner vor, bei deren Auswahl ihn Elli unterstützt. Genial! Aber ist das nicht etwas heikel? Immerhin gibt Kai sensible Informationen preis. Elli erklärt, der gesamte Matching-Prozess ist streng vertraulich, denn jeder Teilnehmende wird von Elli und ihren Kollegen genau geprüft. Nur Partner, die für Kai in Frage kommen, sehen seine Anforderungen. Und wenn er ganz sicher gehen möchte, kann sich Kai auch anonym auf der Plattform eintragen. Der Matching-Prozess war ein voller Erfolg. Kai hat seine Wunschpartner für alle Bereiche gefunden. Als Konsortium entwickeln sie nun eine vernetzte Softwarelösung. Doch das wirft Fragen auf. Wie ist die rechtliche Situation? Welche Schnittstellen sollten sie nutzen? Wie entwickeln sich die eingesetzten Technologien? Und was ist mit der IT-Sicherheit? Auch hier schafft das KIW mit diversen Tools, dem Schnittstellenkatalog und erfahrenen Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft Klarheit. Dem Konsortium steht nun nichts mehr im Wege. Es präsentiert seine Lösung im KIW-Konsortiumsregister, wo sie von Interessenten und potenziellen Kunden gefunden wird. Toll! Kai ist begeistert. Sein Kunde aus der Textilwirtschaft spart mit der neuen Lösung Zeit und Geld. Er geht sicher in die digitale Zukunft. Und Kai und seine Partner haben bereits weitere Anfragen von Kunden für ihre vernetzte Softwarelösung. Vor allem aber hat Kai dank der Kooperation eine sichere Zukunftsperspektive. Darüber hinaus bieten sich viele neue Möglichkeiten. Neue Partner, anschlussfähige Schnittstellen und erweitertes Branchenwissen eröffnen Kai und seinem Unternehmen den Zugang zu neuen Branchen und mehr Umsatz. Das möchten Sie auch? Finden Sie Kooperationspartner auf itwirtschaft.de und vernetzen Sie sich mit IT made in Germany. Okay, ich hoffe Sie sind noch da. Das war nur ein kleiner Opener, damit Sie mal eine Vorstellung haben, was wir im Kompetenzzentrum so machen. Und wir wollen natürlich thematisch gleich mal einsteigen in KI. Den einen oder anderen wird natürlich Google Duplex ein Begriff sein, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Es ist im weitesten Sinne ein Assistenzsystem von Google, was eben beim Priseur anruft und dort Termine macht. Oder im Restaurant Termine macht, auch wenn es zur Zeit gerade ein bisschen schwierig ist wahrscheinlich. Aber auch das wollen wir uns mal einen kurzen Film oder Ausschnitt angucken. Also haben wir uns mal ein paar Minuten anruft. Hi, ich kenne mich für eine Womenshaar-Cut für eine Klinik. Ich bin für etwas auf May 3. Sure, gib mir einen Moment. Mhm. Hmm? Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, natürlich handelt es sich dabei um ein Marketing-Video, aber es war eigentlich schon sehr interessant zu sehen, wie die KI dort so eine Pause macht und als ob sie nachdenken würde und ja, damit irgendwie auch menschliches Verhalten imitiert. Das ist schon gar nicht so schlecht gemacht. Und, oh, das ist der richtige Monitor. Allgemein gibt es halt eine Menge Internet of Things, wie die Moodbox zum Beispiel, wo auch KI schon implementiert ist. Die Moodbox erkennt wohl die Gefühle seines Anwenders und die Stimmung eben und spielt dann, also es ist eine Box, wohl eine Musikbox, und spielt dann eben entsprechend der Stimmung seines Anwenders die passende Musik und verändert eben auch das Licht, also es ist irgendwie in Verbindung mit so einem Ambient-Light, was sich dann auch entsprechend der Stimmung verändert. Natürlich auch sehr spooky irgendwie, aus einer Datenschutzperspektive natürlich. Und ja, tatsächlich ist es natürlich auch so, dass KI sich täuschen kann. Ist ja nicht unfehlbar irgendwo. Besonders beim autonomen Fahren kommt ja KI zum Einsatz. Und hier haben wir mal so ein Experiment, wo eben auf diesen Tempo-Begrenzungsschildern eben Aufkleber draufgeklebt wurden. Und so wurde eben die KI getäuscht, dass eben das Verkehrsschild nicht mehr als Tempo-Begrenzungsschild eben gesehen wurde, sondern als Stoppschild. Und das kann natürlich gerade auf der Autobahn verheeren. Und zwar, wenn man überlegt, so ein Auto mit 200 km A bremst du einfach mal ab auf 0. Das kann natürlich verheerende Konsequenzen haben. Auch in der Bildverarbeitung, bei der Bildgenerierung ist KI ziemlich weit. Wenn wir uns mal, wenn Sie mal schauen wollen, also eines dieser beiden Bilder ist eine real existierende Person. Das andere Bild ist eben von einer KI generiert worden. Da können Sie ja selber mal überlegen, welche Person real existiert von den beiden. Können Sie gerne ein Shirt reinschreiben oder für sich mal überlegen. Da wir natürlich nicht so viel Zeit haben, würde ich das Ganze auch gleich mal auflösen. Also die erste Person existiert real. Ja, das heißt, man muss auch schon sehr genau hingucken hier bei diesen Bildern. Auch hier ist also die KI schon ziemlich weit. Wem das Ganze interessiert, dem sagen wir mal herzlich die Webseite whichfaceisreal.com ans Herz gelegt. Ja, und warum ist KI eigentlich überhaupt so interessant? Warum ist das eben der große Megatrend? Und da kann man sagen, es liegt halt daran, dass man mit KI eine enorm große Menge Daten eben auswerten kann, also effizient auswerten kann. Das könnte natürlich manuell kein Mensch eben so tun. Und natürlich zwischen diesen Daten können halt auch Korrelationen gefunden werden oder Muster eben. Und dann kann auch erkannt werden anhand von Daten, wo es halt Abweichler gibt. Das ist also interessant bei der Anomalieerkennung dann irgendwo. Natürlich auch, wie werden sich Daten entwickeln, wenn wir jetzt an Data Mining denken, woran sich Daten entwickeln, hin oder gewisse Attribute. Das kann dann zum Beispiel auch hilfreich sein. Und ganz wichtig natürlich auch das Clustering und Einordnen in Kategorien. Das heißt, aus Sicht der IT-Sicherheit ist halt interessant, handelt es sich bei Daten eben um Malware oder zum Beispiel um Spam-E-Mails. Ja, und wenn wir uns mal den Mittelstand anschauen, wie sieht es da so aus mit KI und IT-Sicherheit? Da muss man sagen, ist der Mittelstand noch sehr skeptisch, was den einsatzvollen KI in der Domäne IT-Sicherheit betrifft. Das ist hier der unterste, der vorderletzte Balken von unten, der vorletzte. Also gerade mal 37% sehen halt in der KI halt große oder sehr große Chancen für die IT-Sicherheit. Das ist natürlich sehr wenig. Wenn Sie das mal vergleichen wollen mit dem obersten Balken, das ist sozusagen die Logistikbranche, das sagen irgendwie, ich weiß nicht, über 80%. Das sieht da sehr große und große Chancen. Sehe, das ist schon eine erhebliche Diskrepanz auf jeden Fall. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das so? Warum gibt es da so viele Vorbehalte irgendwo? Naja, natürlich muss man sehen, wie man KI selber implementieren möchte im eigenen Unternehmen. Also selber Trainingsmengen eben trainieren möchte und so weiter. Muss man doch erstmal die Infrastruktur bereit haben. Das heißt, ich brauche performante Server. Ich brauche eine extreme Datenmengen. Ich brauche einen hohen Datendurchsatz, viel Speicherplatz, performant und natürlich auch die Expertise. Ich brauche sowohl jemanden, der sich mit günstiger Intelligenz auskennt, als auch in der Domäne IT-Sicherheit. Bescheid war es eben. Okay. Zweiter. Also das wird natürlich gerade für kleine Mittelständler schwierig sein, das Ganze bereitzustellen. Deswegen ist sicherlich für viele die zweite Variante interessanter, nämlich die sogenannte passive Nutzung. Das heißt, dass man den KI-Dienst eben bezieht oder kauft von einem Drittanbieter eben, also meistens in der Cloud, KI as a Service eben. Und dadurch spart man eben diese Ressourcen an Personal und auch Know-how, dass man irgendwie einkaufen müsste. Man muss eben auch nicht diese enorme Infrastruktur eben bereitstellen irgendwo. Und hier haben wir mal geschaut, wo könnte man denn überhaupt KI sinnvoll nutzen in der IT-Sicherheit und wo wird es auch schon genutzt? Das ist sicherlich eine sehr interessante Folie. Ja, wir haben Molde-Erkennung und Spamage schon angesprochen und die Anomalie-Erkennung, aber natürlich auch der ganze Bereich, die Netzwerkanalyse und Intrusion Detection-Systeme, aber auch die Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen. Und wenn Sie mal schauen, viele Punkte, die sich links wiederfinden, finden Sie auch auf der rechten Seite. Ja, Sie sehen, man kann also auch KI eben nutzen, um Cyberangriffe effizienter zu gestalten. Also könnte man auch sagen, ein bisschen, dass sich da irgendwo die Katze in den Schwanz beißt. Und genauso ist es eben auch bei der Sicherstellung von Identitäten eben, wenn wir jetzt an Biometrie-Verfahren denken, die Erkennung von Gesichtsmuster. Natürlich kann ich das KI-gestützt verbessern eben, aber ich kann so ein Biometrie-System natürlich auch eine KI vorhalten und sie damit irgendwie austricksen. Okay, also wir können das sowohl zum Guten als auch zum Schlechten nutzen, wenn ich das mal so platt sagen darf. Und tatsächlich ist das so, dass KI eben schon von namenhaften Herstellern verwendet wird. Ein paar sind hier aufgelistet. Es ist natürlich so, dass KI schon irgendwo einen Wettbewerbsvorteil darstellt, im Vergleich zu klassischen statischen Systemen. Und deswegen viele natürlich das auch ungern teilen, dieses Wissen, weil es ja letztendlich auch wahres Geld irgendwo bedeutet. Deswegen halten sich da auch viele auch bedeckt, was das angeht. Hier ist nochmal eine Auflistung, in welcher Software oder in Applikationen kann hier also schon zum Einsatz kommen. In Bezug mit IT-Sicherheit können wir natürlich nicht anders durchgehen, aber ich wollte Ihnen nur mal zeigen, dass es nicht nur graue Theorie ist, über was wir hier reden, kommt tatsächlich schon zum Einsatz. Ja, und wir haben uns vier Punkte rausgenommen aus dieser Gegenüberstellungstabelle, die wir uns angeschaut haben, die wir Ihnen, also vier Szenarien, die wir Ihnen ein bisschen näher bringen wollen. Das erste ist das Voice Clowning, beziehungsweise CEO Fraud, den das jetzt nicht sagt. Im Prinzip ist es ein Angriff, wo der Angreifer eben per Telefon klassisch noch anruft und sich als Vorgesetzter ausgibt und dann eben Leute, Mitarbeiter dazu bewegen möchte, gewisse Transaktionen durchzuführen und klassischerweise, also sich auch im Monetär zu bereichern, wenn man so will. Und klassischerweise war es eben so, dass diese Angreifer natürlich die Stimme verstellen mussten. Also sie mussten sich wirklich noch selbst Mühe geben, eben den Abteilungsleiter oder den Chef irgendwo da nachzumachen. Und heute ist es eben so, dass wir ganz andere Möglichkeiten durch KI haben, auch die Stimme zu analysieren und auch nachzumachen. Im Prinzip der KI legt wirklich einen Satz in den Mund, so gegen, wenn man so will. Und ein interessantes Framework ist hier Liarbird. Den einen oder anderen wird sicher was sagen. Wir wollen uns das aber mal anschauen. Ich habe zumindest mal ausgeschnitten, so ein kleines, einen kleinen Clip, wie das mit Liarbird ziemlich gut funktioniert. Okay. This test satellite will carry anything you want, which it will release and then attempt to retrieve. Okay. Ich hoffe, Sie konnten was hören. Mich hat sich wundern, dass ich ab und zu gemutet bin. Immer dann, wenn ich so ein Clip abspiele, kann man mich eben nicht hören. Also da wird man wohl automatisch gemutet. Okay. Also Sie haben es gesehen, man kann die KI im Prinzip jeglich beliebigen Satz sagen, wenn man sie vorher trainiert hat. Wenn man genau hingehört hat, hat man einmal so eine kleine Pause wahrnehmen können. Aber wenn man das mal vergleichen will mit diesen roboterartigen Stimmen der 70er Jahre, sage ich jetzt mal, ist auch in diesem Bereich die KI schon deutlich vorangeschritten. Und natürlich ist es so, dass man nicht nur seine eigene Stimme eben aufzeichnen kann, sondern im Prinzip in solchen Frameworks ziemlich jegliche Art von Stimme halt reingehen kann als Input. Das heißt, ich sage jetzt mal Interviews von Politiker und so weiter. Und Sie können sich denken, was das auch für ein politischer Sprengstoff irgendwie sein kann. Und es ist also nicht nur so, dass im Voice-Cloning-Bereich die KI zum Einsatz kommt, allgemein in der Multimedia-Bereich, auch in der Video-Verarbeitung und auch in der Video-Manipulations-Bereich. Da will ich Ihnen auch mal was zeigen. Mit Karrier ist es also möglich, auch die Mimik und Gestik in Echtzeit zu manipulieren. We present a novel real-time facial reenactment method that works with any commodity webcam. Since our method only uses RGB data for both the source and target actor, we are able to manipulate YouTube videos in real-time. Here, we demonstrate our method in a live setup. On the right, a source actor is captured with a standard webcam. This input drives the animation of the face in the video shown on the monitor to the left. A significant difference to previous methods is the re-rendering of the math interior. To this end, we re-synthesize the math interior of the target actor using video footage from the training sequence based on temporal and photometric similarity. Okay, Sie haben es gesehen, denke ich. Ja, das Schlüsselwort wäre, glaube ich, manipulate YouTube videos in real-time. Das heißt, dass dort wirklich in Echtzeit die Mimik und Gestik manipuliert werden kann. Und wenn man sich das noch in Kombination mit so einem Voice-cloning überlegt, ist das schon ziemlich spooky irgendwie. Und dann sieht man halt, dass wir durch KI auch ganz neue Möglichkeiten brauchen, die Authentizität letztendlich auch von Medien sicherzustellen. Okay, das zweite Szenario, was wir uns überlegt haben, ist also der ganze Bereich der E-Mail-Filterung. Hier kamen bisher auch eher so klassische regelbasierte Systeme zum Einsatz. Und wie sieht es so bei Spam-Mails überhaupt aus? Na ja, gut, was wir natürlich nicht wollen, ist, dass überhaupt Spam-Mails in den Posteingang gelangen. Die sollen ja rausgefiltert werden. Also das will man vermeiden. Und dass wir natürlich auch nicht wollen, ist, dass wichtige Geschäfts-E-Mails in den Spam-Ordner landen die, weil manche gucken ja wohl gar nicht erst rein in so einen Ordner. Die wurden wir dann als übersehen. Das wollen wir ja auch nicht. CD-A-Sort schon, das ist ja eines der, Methoden, die ich vorhin angesprochen hatte, mit diesem Clustering und Kategorisieren. Darum geht es letztendlich. Auch Phishing-Mails sind ja bösartige E-Mails. Und wenn Sie sich diese E-Mail hier mal angucken, na ja, die strotzt ja irgendwie nur vor Rechtschreibfehlern. Das heißt, die Umlaute fehlen, die Interfunktion ist schlecht, fehlen Kommata, Zeichensetzungen und so weiter. Und auch der Link, wenn Sie sich den mal angucken wollen in der Mitte, der ist ziemlich lang und wirkt auch unseriös. Das heißt, bei der Deutschen Bank hätte man eher sowas erwartet, wie Deutsche Bank slash Online Banking oder so. Also das kann man auch relativ gut detektieren. Und da reicht auch höhere QRC-Raten mit KI. Hier haben wir mal eine Phishing-Mail. Die ist schon deutlich besser gemacht. Auf jeden Fall ist die Rechtschreibung deutlich besser. Aber wenn Sie sich rechts mal den Absender angucken, da fehlt zum Beispiel bei Ebay das Y. Und der Link unten, ja, über den braucht man sich fast gar nicht zu unterhalten, weil der ist ja extrem abstrusend lang und damit auch unseriös irgendwie. Aber es ist schon doch ein wenig besser gemacht. Auch dafür können wir die KI trainieren. Und als drittes Szenario haben wir uns die ganzen Bereiche der Modelerkennung überlegt und herausgegriffen, weil die KI auch sehr vermehrt zum Einsatz kommen und erheblich oder signifikant bessere Erkennungsraten halt zeigt als die klassen statisch- und signaturbasierten Systeme. Jeder von Ihnen wird schon mal eine bösartige E-Mail bekommen haben, nehme ich mal an. Oft auch getarnt irgendwie als PDF-Datei oder als Rechnung oder dergleichen. Aber es ist eben Morware und bösartige Anwendung eben. Und ja, so an, also die kleinen wie Google-Mails, das ist ja gleichzeitig auch ein E-Mail-Anbieter, sagen von sich selbst, dass sie 99,9% der gefährlichen E-Mails rausfiltern. Gut, das sind ihre eigenen Angaben, das kann man jetzt nicht überprüfen. Was ich sicherlich sagen lässt, dass ich eben durch den Einsatz von KI und das tun sie ja unter anderem mit dem Maschinenlernen auch, ja, diese Accuracy-Raten deutlich erhöhen lassen. Was das Hausfischen auch von bösartigen E-Mails eben angeht. Ja, und bei Morware allgemein ist es ja so, dass am Tag so ungefähr 350.000 neue Varianten, Morware-Varianten auftauchen. Es handelt sich aber dabei nicht um komplett neue Morware, also komplett neuen Quelltexten, sondern meist wird ja nur partiell irgendwie geändert und editiert. Das heißt im Prinzip, gehört dieser Morware dann noch derselben Morware-Familie an. Das Problem ist, dass für klassische Antiviren-Anwendungen eben signaturbasiert arbeiten. Das heißt, es wird halt ein Hash-Wert erzeugt und sobald sozusagen sich ein Bit im Quelltext ändert, handelt es sich um dann für diese Antiviren-Applikationen, für eine völlig neue Morware. Das ist ja abstrus. Es gehört ja immer noch zur selben Familie dann irgendwo. Und da gibt es eben auch Möglichkeiten mit der KI, wo man sich eben den Quelltext dieser Morware anzeigt und dann eben diesen auf Ähnlichkeit überprüft und dann sagen kann, ja, es handelt sich um die gleiche Morware-Familie und man geht also einen smarteren Weg hier irgendwie. Mit der KI. Das vierte, was wir uns überlegt haben, ist der ganze Bereich der Netzwerkerkennung und Tool-Detection. Und hier kann KI, kommt KI schon zum Einsatz und sehr erfolgreich. Im Prinzip werden dort halt diese Log-Dateien ausgewertet und Beziehungen hergestellt zwischen den Log-Daten und dann halt zu erkennen, ob es sich zum Beispiel um den Cyber angefahren wird. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr viel Performance eben frisst. Ich habe mal von einem Prototypen von Symantec gehört, der irgendwie zwischen Beziehungen hergestellt hat, zwischen Log-Dateien, also ein paar Billionen Beziehungen. Also das ist eine Zahl irgendwie, da sieht man schon, dass man da eine extreme hohe Performance vorhalten muss und Rechenleistungen. Und auch das ist wahrscheinlich für den Kleinstunternehmen auch wahrscheinlich wenig zu stemmen, wenn man das selber machen würde. Ja, und allgemein geht es also darum, Hacker-Angriffe auch zu erkennen. Also wenn jetzt irgendwie offene Ports sind, die werden dann eben angegriffen und dass man da auch am besten, mit der Adfolge dann schon mit KI drauf reagiert, irgendwelche Reports erzeugt oder Alarms, also Alarm rausgibt und dergleichen. Klassischerweise sind halt diese Firewalls von früher oder diese klassischen EDS-Systeme arbeiten eben auch noch regelbasiert. Also hier kann KI nämlich auch deutlich zu einer höheren Erkennungsrate eben beitragen. Und wie bei der Morgen ist es also auch so, bei den klassischen EDS-Systemen, dass die halt auch mit Signatur-Datenbanken arbeiten. Das heißt, jeder Angriff hat halt so eine bekannte Signatur. Diese Signatur-Datenbank muss sich natürlich immer updaten, muss sie auch also ständig beziehen und die ist auch nicht gerade klein. Und dann ist es natürlich so, wenn ein Angriff nicht bekannt ist, kann er halt auch nicht im klassischen Sinne erkannt werden. Das ist also ein großes Problem. Was natürlich auch noch ein zusätzliches Problem ist irgendwo, das sind Fehlalarme, die ausgelöst werden. Und das heißt, wo einfach die Ekeolis viel schlecht ist, irgendwo bei einem Administrator fünfmal am Tag die rote Lampe angeht irgendwie und irgendwann guckt man vielleicht auch gar nicht mehr dahin. Und dann könnte er sich vielleicht ja doch mal um einen wirklichen angefangeln. Das ist also auch ein Problem bei klassischen Systemen. Und wenn ich das KI-basiert eben machen möchte, hatte ich ja auch schon erwähnt eingangs, brauche ich halt wieder diese enorme Rechenleistung. Und bei Intrusion Detection kommt noch hinzu, dass das Ganze in Echtzeit funktionieren muss. Das heißt, man hat gesehen an Statistiken, dass gerade bei einem Cyberangriff die erste Minute von extremer Wichtigkeit ist, weil wenn es dann nicht detektiert wird, dieser Cyberangriff, dann können sich halt die Angreifer ja schon weiter ausbreiten. In den Systemen, man spricht auch von Lateral Movement und vielleicht schon längst ihre Spuren eben verwischen. Das heißt, ich habe im Prinzip nur ein ganz kleines schmales Zeitfenster, wo das Ganze detektiert werden muss eben. Und ja, die Zusammenhänge zwischen den Dateien natürlich ergeben eine neue, extrem hohe Datenmenge. Und das Ganze muss dann eben durch performant gestemmt werden. Es ist also üblicherweise so, was die Reaktion auch angeht, auf diese Cyberangriffe, dass sie eben auch noch regelbasiert formuliert werden. Und die Handlungsanweisungen und Reaktionen sogar manuell noch durchgeführt werden von irgendwelchen Administratoren. Also da verlässt man sich also noch nicht vollständig auf Automatisierung. In dem Sinne, dass jetzt eine KI sagt, da kam jetzt ein Angriff und da wird jetzt der und der Port sofort zugemacht. Das ist insbesondere bei Mitbeständen eben noch nicht der Fall. Und wie ich schon sagte, das könnte aber was für die Zukunft sein, wo KI den Verteidiger ein wenig Verarbeitung wie abnehmen könnte oder eben zumindest Entscheidungsunterstützung geben könnte. Ja, allgemein nochmal zu KI, was eben so die Risiken sind. Wir haben uns ja jetzt mal eben vier Beispiele genauer angeschaut. Da kann man eben sagen, ich habe es heute so öfteren erwähnen, mache ich aber gerne nochmal. Das ist ja auch vor allem natürlich extrem hohes für das Trainieren einer KI. Hinzu kommt eben noch, wenn man zum Beispiel neuronale Netze nutzt, dass es eben zu einem Blackbox-Effekt kommt. Das heißt, ich weiß am Ende gar nicht, wie ist dieses neuronale Netz zustande gekommen und warum kommt es zu dem Ergebnis, wie es kommt? Das ist ein Problem. Auf der Transparenz irgendwo. Zum Beispiel KI-Systeme werden ja auch schon benutzt, habe ich gehört, zum Bonitätsbereich bei Banken, wo die KI schaut, ob jemand, wie sagt man, bonitätswürdig ist oder so. Da wollen Sie ja sicherlich auch wissen, warum Sie jetzt irgendwie abgelehnt wurden oder nicht. Also hier ist auf jeden Fall auch noch Potenzial da, dass man das Ganze ein bisschen transparenter macht. Es gibt auch schon Forschungen dazu, die vielversprechend sind. Da müssen Sie aber sicherlich noch besser werden, was die Transparenz angeht, weil wir wollen ja eben wissen, warum welche Entscheidungen getroffen worden sind. Und natürlich kann sich eine KI irren. Eine KI ist ja nicht unfehlbar. Wir hatten es bei den E-Mails, bei den Stamp-E-Mails gesehen, dass es passieren kann, dass E-Mails einfach falsch kategorisiert werden, in die falschen und falschen Cluster gesteckt werden. Oder bei denen, Sie erinnern sich eingangs an die Verkehrsschilder, wo die KI eben getäuscht worden ist. Ein weiteres Problem, was wir bei Cyberangriffen natürlich irgendwo haben, ist, dass, um eine Trainingsmenge zu haben, muss der Angriff ja irgendwie bekannt sein erst mal. Es gibt aber die sogenannten Zero-Day-Exploits, wo der Angriff eben noch nicht bekannt ist, also unbekannt ist. Und den kann man natürlich dann auch schlecht trainieren irgendwie. Und es gibt Angriffe, die sogenannten Advanced Persistent Threats, das sind also Angriffe von meistens Geheimdiensten oder Hacker-Gruppen, die ziemlich mächtig und viele Ressourcen haben. Diese Angriffe, die diese Organisationen erfahren sind, so maßgeschneidert, könnte man sagen. Und breiten sich auch meistens über Monate in irgendeinem System aus. Und dafür irgendwelche Trainingsdaten zu generieren, das ist sehr schwierig, auch wenn es auch da schon erste Forschungsbilder gibt, was ich gesehen habe. Ja, also das sind die Probleme, die man da in diesem Bereich hat. Und natürlich ist bei den Trainingsdaten auch immer die Frage, wenn man sie dann extern bezieht, woher kommen die Daten? Ist der Anbieter vertrauenswürdig? Ist er zertifiziert? Sind die Daten, kommen die aus der EU oder sind die Server irgendwie sonst wo im EU-Ausland, sage ich jetzt mal. Und natürlich nochmal das Thema Transparenz. Wurden die Daten vielleicht bösartig trainiert? Also ist die Trainingsmenge eben so geraten, dass man die KI bewusst in irgendeine falsche oder bösartige Richtung eben lenken möchte. Das muss man dabei auch immer berücksichtigen. Und natürlich KI-Systeme, mit denen kommuniziere ich ja. Das sind ja im Prinzip auch IT-Systeme, eigenständige, die wieder eigene, offene Ports haben. Natürlich, man muss ja mit ihnen kommunizieren irgendwie. Das heißt, die Systeme selbst stellen ja auch wieder einen Angriffsvektor dar. Das muss man eben auch bedenken, dass man die ja auch angreifen kann wieder. Und dann können notfalls auch Trainingsdaten abgezogen werden. Und unter Umständen sogar, wenn wir jetzt mal den nächsten Punkt nehmen, auch personenbezogene Daten, wenn sie denn enthalten sind in so einer Trainingsmenge, das will man natürlich nicht hoffen. Idealerweise wurde das Ganze eben anonymisiert, aber man weiß natürlich, dass das leider nicht immer der Fall ist bei diesen Trainingsdaten. Also das Ganze hat auch nochmal eine rechtliche und Datenschutzkomponente irgendwie, die man dann mit einbeziehen sollte oder zumindest einen Blick im Blick haben sollte. Okay, dann glaube ich war ich sogar relativ schnell dabei heute. Erstmal danke ich, dass Sie uns heute zugehört haben. und es sei noch ganz kurz verwiesen, wenn Sie Lust haben, bei unserem Feedback mitzumachen. Ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich, denke ich mal, erst mal das Wort an unsere Organisatoren wieder übergeben. Ich bin es okay. Ja, hallo, sehr gerne. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. War super spannend. Sie können jetzt auch immer noch die Fragefunktion nutzen, um Fragen zu stellen. Und dann nehmen wir uns gerne auch noch ein bisschen Zeit. Da kommt auch schon die erste Frage. Und zwar, was denken Sie über KI-Ethik-Regeln denn, Herr Kant? Also, Sie meinen das sicherlich auf so einer größeren Meta-Ebene. Ja, die muss es natürlich geben, damit eben nicht, die da also jetzt macht, was er eben möchte. Die Bundesregierung hat ja da auch schon was auf den Weg gebracht, mit diesem KI-Fahrplan da irgendwo. Ja, also muss es auf jeden Fall zwingend geben. Und gerne auch international. Also nicht nur für die EU. Das wäre natürlich erst mal wünschenswert generell, aber für die ganze Welt auf jeden Fall. Damit jeder so einen ethischen Kompass oder Fahrplan hat und alle wissen, was in Ordnung ist und was man halt lieber nicht machen sollte. So ähnlich wie bei der DSGVO sage ich jetzt mal so als Farbplan. Ja, genau. Ich meine, die EU hat ja auch schon ein erstes White Pepper da rausgebracht, aber da muss natürlich dann international auch nochmal abgestimmt werden. Okay, dann nächste Frage. Um die Qualität von KI einzuschätzen, reicht da der ISO 25000FFT? Ich weiß jetzt nicht, welche ISO-Norm das ist. Vielleicht wissen Sie das. Ich komme ja nur eigentlich aus der IT-Sicherheitswelt. Wenn das jetzt irgendeine KI-Spezifikation ist, müsste ich jetzt ehrlich gesagt nochmal nachgucken. Also ad hoc sagt mir der Standard jetzt nichts, muss ich sagen. Okay, gut. Ich kann eigentlich nochmal was reinschreiben dazu, weiß ich nicht. Vielleicht guckst du aber nochmal kurz. Das ist der Software-Qualitätsstandard, schreibt Frau Radoms, geht zu Ihrer Frage dazu. Guck ich nochmal ganz kurz in den Chat. Den hatte ich jetzt irgendwie gar nicht offen gehabt. Fragen, Fragen, Fragen. Okay, ich muss gestehen, ich kannte diesen Standard gar nicht. Deswegen möchte ich mich da nicht um das Fenster lehnen und irgendwas zu sagen. Okay, gut. Trotzdem, danke. Dann war noch eine Anmerkung, dass KI doch eben auch regelbasiert ist, weil ich glaube, Sie sagten ja an einer Stelle, dass es das eher nicht ist. Da kam ein Einwand, dass KI doch auch regelbasiert ist, nur eben auf Basis von Big Data. Würden Sie dem so zustimmen? Oder wie ist da Ihre Meinung? Ja, im Prinzip sind es ja auch im weitesten Sinne Algorithmen, die da ablaufen, aber Selbstlernen eben. Also es stimmt, es ist ja auch deterministisch vielleicht nicht, aber im klassischen Sinne sind es auch Algorithmen. Da könnte man also auch sagen, es ist regelbasierend. Also wenn wir jetzt an neuronale Netzwerke denken, wie die Neuronen zum Beispiel feuern, dann natürlich ist es auch regelbasiert und eben nicht, unterliegt nicht der Stochastik oder sowas. Ja. Stimmt, ja. Ja, okay. Du hast gleich genau das meinte er auch da. Vielen Dank, sagt er. Und dann haben wir noch eine Frage, und zwar Trainingsdaten haben ja nur die großen in Anführungszeichen. Gibt es da vielleicht Bestimmungen des Kartellamts zur Offenlegung? Ich gucke nochmal selber nach. Es hat ja nur die großen. Wenn Sie die großen meinen, meinen Sie jetzt Google Amazon und so weiter? Also da werden Sie wahrscheinlich mit dem Kartellamt nicht sehr weit kommen. Das ist aber wirklich ein großes Thema, dass diese Global Player einen Großteil dieser Daten eben besitzen. Und wir als Europäer sind irgendwo abhängig davon. Und da sollten wir in Zukunft auch eine europäische Lösung finden. Dem einen oder anderen wird vielleicht Gaia-X was sagen, so als vielversprechendes Projekt irgendwo. Was jetzt Bestrebungen des Kartellamts sind, dazu kann ich leider nicht sagen. Also ich weiß auch nicht, ob man auf diesen Weg weiterkommen könnte, weil das Problem ist eigentlich ein globales in meiner Sicht. Und das Kartellamt ist ja so viel, ich weiß ja eher national bestrebt irgendwie. Ja, genau. Oder andere, also sozusagen abgesehen von Kartellämtern, dann wüssten Sie da von irgendwelchen Bestrebungen, dass es da vielleicht nationale oder auf europäischer Ebene Bestrebungen gibt, was Trainingsdaten angeht. Also das für eine Masse zur Verfügung zu stellen. Puh, wüsste ich jetzt nicht. Also so viel ich weiß, sind die meisten eben privat wirtschaftlich oder werden noch gehalten eben. Okay. Wie merkt dazu an, dass die Deutsche Bahn Trainingsdaten zur Verfügung stellt, aber wahrscheinlich ist sowas dann auch von den Unternehmen separat dann abhängig. Sehr interessant, was für Trainingsdaten das sind. Wahrscheinlich keine personenbezogenen, gehe ich mal schwer davon aus. Sondern vielleicht irgendwelche Daten, die Sensorik oder sowas beinhaltet, könnte ich mir vorstellen. Sensordaten oder sowas. Ja. Ingenieursdaten oder Daten, die für Ingenieure vielleicht interessant sind, oder für die Messung, irgendwie Qualitätssicherung oder sowas. Das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Ja. Okay. So, dann habe ich jetzt, glaube ich, so weit sind hier keine weiteren Fragen mehr. Dann, wie gesagt, vielen Dank nochmal. Einen kurzen Hinweis nochmal auf unseren Verein, auf den ASQF. Wenn Sie jetzt nämlich als Netweek-TeilnehmerIn Mitglied werden, weil Sie das noch nicht sind, können, zahlen wir jetzt aktuell nur den halben Jahresbeitrag für dieses Jahr. Also, Sie sind alle herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Und vielen Dank an Sie, Herr Kant, für den super interessanten Vortrag. Und danke auch an alle TeilnehmerIn für die tollen Fragen. Ja, ich danke auch auf jeden Fall. Okay. Dann vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Vielen Dank.